Die Megaman Legacy Collection und David Hain am Steuer. Ja, denn auch mich nennt man ja eigentlich den Megaman oder den Webvideopreis Man. Das ist tatsächlich ein gewisser Teil meiner Kindheit. Megaman 2 war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe. Hätte eigentlich auch in meinem Retrovideo Platz finden können. Oh, dann packen wir doch mal den Link in die Videobeschreibung. Das machen wir. Das ist tatsächlich, ich habe mir da damals nicht mal wirklich so wie heute alles sagen, das war immer so schwer. Damals war alles schwer. Alles war elendig schwer. Deswegen habe ich mir zwar mit Megaman monatelang die Zähne ausgebissen, aber das kannte man nicht anders. Ich habe es auch im Gameboy gespielt. Ich will jetzt nicht Megaman 1, sondern 2 spielen. In der Collection kann man übrigens, ich habe gefragt, nicht die ersten 10 Titel spielen, sondern nur die ersten 6, was ich ein bisschen komisch finde. Was ist da los? Ja, verstehe ich auch nicht. Und Megaman X zum Beispiel ist auch nicht dabei. Aber das hier, schade, dass jetzt niemand den Intro-Song hören kann. Kennst du das? Das kannst du ja einspielen. Okay, dann mach ich jetzt difficult. Gucken wir mal, was difficult ist. Yeah, so. Jetzt kommt der Osterhase hier und schießt mit Mo-Rüben. Du schluckst aber ganz schön was weg bislang. Die stecken aber ganz schön weg. Da oben ist meine Lebensenergie. Ja, das ist nicht mehr viel. So, ich speedrunne jetzt einfach da durch. Ähm, als alter Profi. Ich glaube, kann man auch noch rutschen? Ich weiß es gar nicht mehr. Man muss halt genau... Boah, was steckt der ein? Ja, das ist, weil ich difficult gewählt habe. Nice. Boah, du kommst schon ins Schwitzen. Da kommt gleich das nächste Vieh. Ah, guck mal, ich kann so Dauerfeuer machen. Das ist ja fies. Jetzt müsstest du aber langsam mal ein bisschen Gesundheit einholen. Ja, aber siehst du ja... Warum gleich der dritte? U-t. 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 Ah, nerv. Ja. Ihr seht, weiterhin immer noch so schwierig. Wir gehen mal weiter zum nächsten Spiel. Megaman. Wer sich echt mal quälen will ab... Warte mal, was steht da? Summer 2015 und für den 3DS dann auch ab Winter gibt's die Megaman Collection. Die ersten 6 Teile. Ich sag euch, so sehr gelitten habt ihr noch nie. Außer ihr guckt jede Woche Donnerstag LPG Live.